Ich will es! Komm schon! Bitte öffnen, bitte! Ein bisschen. Hast du ihn wieder gedacht? Ja. Ich werde dir eine besondere Brühe von St. John's Wort für dich. Das ist okay, Lukas. Ich brauche ihn nicht. Ich erinnere ihn, das ist alles. Ich muss ... ... dass er nicht zurückkommt. Amicia, wirst du alles gut sein? Ich werde zu sehen, die anderen. Oh, kannst du erzählen Mellie über die chest? Natürlich. Mellie wird sagen, dass du sie einfach nur auf sie. ... aber es ist ein Weg, um das zu tun. Kann ich nicht ein Löffel an? Ich dachte durch das Feuer vielleicht. Ah! Ich kann nicht meine Finger fühlen. Oh! Was machst du hier? Hugo sollte dich gefunden haben. Das heißt Hodor. Wir haben es ja richtig gemütlich gemacht mittlerweile. Diese Dinge ... ... ich erinnere mich jedes Ort. ... jedes Moment. ... und ... ... die Suppe ... ... wer war es? Mellie? Nein, es schmeckt nicht genug schmerzen. Wie ist das? Immer diese Mellie ... ... Mellie schmellie ... ... sag ich immer. ... hab ich das nicht schon gebaut? Ha! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Nicht schlecht! Wir haben nie so viele Appel gehabt. Hugo hätte sich mit ihnen krank gemacht. ... hör ich dich. Mellie schmellie ... Wo bist du? Schmellie wally? Mellie schmellie ... Wo bist du? jetzt haben wir hier durch die Tür seid ihr hier Leute ach so Oh, ach du. Melly, wo bist du? Hat mich ja wohl ihre ganzen Kerzen herbekommen. Hör mir, wo ist er, erzähl mir, was ich nicht kann. Ich will ihn, wenn du ihn so ausführen kannst. Du meinst doch, was du kannst. Ich will ihn nicht sagen. Ich will ihn nicht geben, wie du kannst. Ich muss mich nicht verfolgen. Ich muss dich nicht verfolgen. Ich will ihn nicht verfolgen. Das finde ich jetzt noch, ob dieser mittlere Gang, wo die Tapette runter geht, auch mein Auge juckt. Der hier. No, Arthur was just saying he wants to leave. Again. Come on! I want us to stay alive, that's all. Like we've always done. Listen, it'll be dark soon and we have to light the fires. Can you help me, Arthur? Go on. Try not to annoy the hell out of her. Why would I do that? Because you're a pain in the ass, that's why. Oh, Lucas needs help with his chest. Yeah, right. He just wants to see me, that's all. All right. Ready when you are, Amicia. Come on, let's get the braziers in place. Starting with... That one. Yes, I know. We've been doing the same routine for weeks, Amicia. I'm sorry, it just helps me sleep better knowing the pit is secure at night. So, um, what's up? I feel old. You look pretty good for an old person. Thank you. Listen, I don't know your brother that well, but... He would like you. Really? You saved us. You were captured, you managed to escape. You're like a hero from a book or something. A hero? But he would have been sad to see you leave. I need to move, or what? You're supposed to move. There you go. Stupid piece of cracker. Oh. You really like your ignifert, don't you? I have a thing for fire. All right, if you say so. Uh, is everything all right, Roderick? Everything's fine! This damn thing is going to work! Hey, calm down! If you break everything... Ah, and there you go! Now the Braziers will stay put! The Roderick-Method. Random, but effective. Haha! Try it! I intend to! What do you do? What do you do? That's not just a moment to stand. That's a lot easier than the Braziers. Or not. Okay. You take that one? I look after the other Braziers. When are you ready? That's so strange. That's not completely different. Let's go and make sure the Braziers are right up to the edge. So, did you perform any marvels? Just wait and see. Right. I'm off for a wash. No one is going to be able to climb out of that pit. The system is here for a reason. The system won't stop trained soldiers. Arthur. Melly is tired of running. Melly and I are not people like you. But perhaps Melly isn't like you either. All right, I get it. You handle the Braziers on the ramparts. I'll handle these ones. Sick theater here. I'm telling you, I've pushed it all by myself. A cart the size of a cow. Stop laughing. It's not funny. I'm just imagining you pushing a cow. Honest. It was epic. The rats were everywhere. Lasky Misia. You see? Tell yourself that we have something here. And we need people like you to keep it safe. Let me think about it. Right. I finished. Something wrong? Shit. 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 I've never seen so many. The ladder in the red area. If we can reach it, we'll be able to get it. Get to the tower. Use your Braziers. I'll open a way for you on my side. I have a glass. I'm going to put it. The Braziers are in place. Get over here. What? What are they doing? They're regrouping. They're going to put the fires out. Shit. I don't have any eggs of her left. I... I... There's nothing I can do. I'll manage. I've done it before. See me. Soll ich das selber jetzt so normal machen, oder was? Oh, no, no, quick! I'll get to the ladder. It's demolished the ladder. I have to get to the one on the rampart. Holy shit! I thought you said this place was secure. Yeah, it used to be. But it's good. This is not good. I have to get to the ladder in the red area, or I'll die here. Amicia. I'll get a Braziers your way. Try to reach it. All right. I'm counting on you. Es gibt noch mehr von ihnen! Es gibt ein Lid-Brasier hier! Hier gehen wir. Ich werde dich auf die Strecke. Komm schon, du wirst mich durch! Was ist das? Die hat das falsche Ding genommen, warum juckt meine Nase so extrem, das kann doch nicht so wahr sein. Die hat es, komm an! Eine bei einer, eine bei einer. Ja, du bist da! At last, du bist. Good lord, ich dachte, wir werden niemals erreichen. Bist du okay? Ja, danke. Es geht um dich jetzt. Debrezier, auf deinem Seite! Ich werde dich da! Nein! Nicht hoch, Hutta, was machst du? What are you doing? Wieder hoch da. Amelila, Amelicia, Schmissl, Schmiss. Jetzt nehmen das Ding, Hutta. Oh, richtig. Ich freue mich hier, dann erzähl ihn da. Was ist denn, Amelicia? Wir haben versucht, ihn in den Kopf, aber nie so. Aber wie ist das? Wie weiß ich nicht? Aber es war fast wie sie... ...attattachend. Oh, come on. Sie sind Rats, nicht der Englische Armee. Aber sie wissen... Ich brauche etwas Feuer hier. ...was sie machen. Ich habe nur gesehen, das mal vorhin. At home. At dem Domain. Das ist es. Schmiss! Amelicia, ich denke, ich brauche deine Hilfe. Deben es mir. Ich bin ein bisschen Angst, um das zu tun. Ich kann nicht mehr schnell gehen. Du kannst aber ja hochkrattern jetzt. Das war nah. Ich bin hier! Wir sind näher da! Komm schon! Danke! Du verdienst eine Medaille. Es ist alles gut. Komm schon, wir gehen die anderen innen. Ich hoffe, sie sind alles gut. Wenn die Ratschen entkommen sind... Malicia, sie sind keine Kinder mehr. Sie sind an uns. Ich will nicht mehr Risiken nehmen. Ich werde niemanden mehr verlieren. Was ich wirklich mag, ist, so weit weg von hier wie möglich. Ich bin nicht ein Magischer. Ja. Das war ganz schön. Der Antichrist. Der Antichrist. Der Antichrist. Ich bin und der Antichrist. Hallo! Ich bin! Es war Hugo, Emetia! Was haben sie getan für ihn? Die Rats? Er war... Er kann es kontrollieren? Ja, mit dem Magier. Wo geht's das? Keine Panik. Der Kastel war für diese Situation. Ihr Kastel ist weg. Die Batsche werden durch die Gefängnis wie eine heiße Nacht durch Butter. Hör, ich muss mit Hugo sprechen. Wir müssen hier raus. Emetia, er ist richtig. Geh durch! Nein, nein! Geh zu arbeiten. Hugo, Hugo! Kill sie, oder ich werde deine Mutter in fronte. Hugo, es ist mir, Emetia, deine Frau. Geh zu sein! Geh sie, Kind. Und vielleicht Vitalis wird dich bei ihr. Hugo, nein! Geh auf, Kind. Sie bedeutet nichts für dich jetzt. Ich werde dich für dich überall suchen. Was? Was sind Sie für dich? Was sind Sie für dich? Cross das verdammt Threshold Carrier! Nicht ihn zu hören, Hugo! Enough. Was? 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 Doch, diggert! Geh! Du Acke, du. Du, du, du. We got that bastard! Amicia! Arthur, go make sure he's dead. I have to... I have to speak to Hugo. Go ahead. I'll take care of him. Hugo? Hugo! I just want to talk to you. He can't hurt you anymore, Hugo. Look! All right, all right. I won't move. You come here. Come on. You lied to me! No! No! I... Hugo... I was trying to protect you. I... Please! No! Drive to me! No! 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 You did it! Amicia... You passed. No! Arthur! You are no longer anything used to me. You are no longer anything used to me. I'm not going to be out. Wait a minute. The rats... They obey you, don't they? They have to be here somewhere. There must be some of them nearby somewhere. They're hit, but they're afraid of the fire. We'll put them out then. We need those rats. You are liked to lose. Unless you look everywhere, we can be in love. They'll take the firewick! It can't be inside them. What's the fire? What's the fire? What's the fire?! No! That's it? Here we go. Well that's my perk, there remain friends today. Wo bist du? Wenn dein Vater nicht sterben, er sterben, zuerst. Börblich! Wie können Sie das tun? Wir müssen die Hände, Amicia! 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 Die Hände, Amicia! Sie hat die Mühle geholfen! Wir werden mehr von ihnen freien. Nichts. Die Hände, Amicia! Sie gehen schnell, wie die Hände! Ich komme! Ich komme! Ach! I told you I'd fight. No! Get back! Get back! Since you refuse to go to hell, I shall bring hell to you. No! They cut them all! They mustn't see you, Elysia! Where are you, Elysia? Where are you, Elysia? And now, what are you going to do, Elysia? Elysia! Arthur! Arthur! Nein, nein, nein! Arthur! Ich werde ihn töten. Ich werde sie entfernen. Meli, ich... Stop es, bitte! Ich werde sie alle töten! Ich werde sie verletzen! Meli, du nie wirst. Was für dich? Du wirst da stehen! Du wirst da stehen! Du wirst nicht wissen, was du sagen? Ich weiß, wir werden getötet! Einmal bei einem! Sie haben meinen Bruder! Dein Vater! Dein Vater! Es gibt nichts! Sie ist richtig. Hermesia... Das ist verrückt. 5 von uns... gegen... gegen ein Arm. Ich glaube, es gibt viel mehr von uns jetzt. Sie hat... Sie hat es durchgeführt? Ja, ich glaube so. Hugo... Was willst du machen? Ich will sie zu retten. Das ändert viele Dinge. Selbst wenn es uns tönt, was haben wir zu verlieren? Uns? Nichts. Aber Vitalis. Jetzt können wir ihn verletzen. Also gehen wir. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Bis zum Tod. Ich habe tatsächlich ein bisschen Gendrot bekommen. Ich habe tatsächlich ein bisschen Gendrot bekommen. Schöch... ... 15... Krönung. Back in the town. Und damit sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.